Leutnant Linz schüttelte den Kopf. Ein Mord kann passieren. Ein Mord und ein toter Großvater auch. Aber drei Todesfälle innerhalb einer Familie in so kurzer Zeit? Almgold, der neue Alpenkrimi von Karl van Köhlen. Als E-Book bei iTunes, Amazon und allen Tolino-Partnern. Als Taschenbuch bei Amazon. Als Taschenbuch bei Amazon.